Okay, Sum 41, Pieces. Rechte Hand, Anschlag. So, jetzt ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. Und immer die rechte Hand durchlaufen lassen. Noch ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. Jetzt die linke Hand, bitte. Der Griff, Powerchord Typ 1. Dann quasi C-Dur ohne den Zeigefinger. Ringfinger auf die A-Seite. Mittelfinger auf die D-Seite, dritten und zweiten Bund. Dann der gleiche Griff, um eine Seite nach oben verschoben. E-Seite, dritter Bund. Mittelfinger, A-Seite, zweiter Bund. Der letzte Griff ist ein bisschen schwieriger. Das ist D mit Fiss im Bass, hier mit dem Zeigefinger. Mittelfinger geht auf die G-Seite, im zweiten Bund. Und der kleine Finger geht auf die H-Seite, im dritten Bund. So, jetzt nochmal. Vorne, 3, 4. Das ist D mit Fiss.